Ich bin schon hier einfach voll auf Sendung und der labert hier einfach. Na klar, Biersing Studio Wärmelskirche, hallo, erzähl du mal schön. So, die Melli, also jetzt sind wir gerade beim zweiten Teil. Melli sitzt hier, hat gerade Stace Piercing bekommen. Stefania sitzt hier, hat es Ashley bekommen und jetzt gibt es noch einen Dömmel-Anker. Ein Dömmel-Anker im Gesicht, bist du aufgeregt? Ja. Obwohl es nicht mehr ganz so doll ist. Das Schlimmste hast du jetzt definitiv mit dem Dace Piercing auf Nullpunkt. Das würde richtig schön aussehen, weil sie ja ihre Mutter mal hat, dass sie so richtig toll aussehen. Die meisten machen immer hier? Ach, wir haben alles mögliche schon. Dekolleté, Hals, Hand, Rücken, Arm, Fußfessel. Finger? Echt? Ja. Ja. Wobei bei den Fingern sage ich auch immer dabei, du musst dir vorstellen, wir machen halt alles mit unseren Händen. Hände waschen, Handcreme, spülen, wischen und immer. Ja, das ist... Also da muss man immer bedenken, weil der kann sich dadurch natürlich auch schnell entzünden, immer Chemikalien etc. Oder man bleibt halt auch gerne mal hängen, weil du hast ja alles mit den Händen. Ja, ja. Da musst du noch nicht dran denken und dann bleibst du dran hängen. Und ich glaube, der tut auch echt gut am Finger zum Dörmelenker setzen. Ja. Könnte ich mir schon gut vorstellen, weil der nicht viel Haut ist, ne? Aha. Perfekt. Dann dürfen wir auch starten. Ich muss, glaube ich, dann auf die andere Seite. Nö, Alter, ich mach's von da. Wie, du machst von da? Achso. Okay, okay. Ich muss heilen. Heilen wir hin. Und ich gucke. So. Augen würde ich dir empfehlen, zu schließen. Und so haben wir den Enkel erst gemacht. Wow. Guck mal, wie schnell der immer ist. Und das war's. Alles gut? Ja. So, jetzt kann es natürlich sein, dass das mal so ein bisschen blutet. Da müssen wir jetzt so ein bisschen warten, bis es aufhört. Wie geht's denn? Wunderbar. Wunderbar. Ah, ist jetzt Traumzucker? Das ist jetzt nur die Frage, wer ihr dann den Traumzucker ich filme? Du hältst Händchen. Nicola ist hier am... Du bist auch geil. Wir holen Ruhe mit dir im Brut. Das ist auch gar nicht stark. Super. Wow. Ah, perfekt. Dann kannst du den draufsetzen. Ja. Das ist bei jedem echt sowas von unterschiedlich. Manchmal stichst du so einen Dörmel, da kommt direkt was raus. Da kommt gar nichts raus. Kann aber sein, wenn wir den Anker einsetzen, dass da noch mal irgendwas kommt. Ich zeig das einmal. Voll sauber. Sieht jetzt gerade aus wie so ein Leberfleckchen, ne? Ja, wie wenn man einen Leberfleck entfernt hat. Ja. Er kann ja schon fast schön als Chirurg werden hier. Ja. Und der Anker ist drin. Und da ist der Steil. Boah, geil. Guckt ihr das? Ja. Guckt ihr das? Das ist jetzt ein bisschen... Genau. Das ist jetzt ein bisschen rot. Wir machen erstmal sauber, weil dann glitzert es erstmal wieder. Mach euch die Augen zu. Nicht erschrecken. Stefania steht jetzt schon hier. Jetzt komm nicht auf... Wollst du auch mal? No, no. Mein Marito, der verlässt mich. Und dann ist einmal das Glitzersteilchen am Glitzern und Blut ist weg. Wow. So sieht dann der Dörmel aus, wenn er frisch gestoppt ist. Ist doch nicht mehr rot. Nee. Melli, hör mal. Donnerwetter. Das steht hier. Sieht richtig geil. Auch zu deiner Hautfarbe. Kommt jetzt hier gar nicht so richtig rüber im Video. Aber das steht hier richtig cool. Wirklich. Ich bin gespannt, wenn man Männer das sieht. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Hoho. Ja. Bei dem... Ja? Da wusste er ja auch nicht. Da war ich ja mit meiner Tochter hier. Und was hat er da gesagt? Hm. Er war überhaupt nicht begeistert. Er mag das dann nicht. Okay. Ja, da kann man sich ja dann auch drinnen. Also es gibt Schlimmere, oder? Ja, klar. Wie fandst du jetzt ein Dörmel-Enker vom Stechen? Achso. Weil viele Leute mich immer Angst haben. Nee. Klar, man hat es kurz gemerkt. Ja. Aber das ist alles... Aber der ist... Was fandst du jetzt schlimmer? Ein Piercing? Oder... Weil die meisten sagen, Piercing ist schlimmer als Dörmel-Enker. Ja, ich fand das sehr gut. Ich hab jetzt hier, ne? Aber die anderen Piercings, die ich hab, das war jetzt alles. Okay. Alles easy. Ja. Alles klar. Dann vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Melli. Bis zum nächsten Mal. T surveys go. edgeck. Tschüss!